Musik 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 Yo, hi Leute, hier ist der Mistercamp, mein Name ist Abpfeil und willkommen zum SP7 Raid Video und mit dabei ist auch der Standeslaf Genau auch der Devil of Tax Ja, das ist das Übertreib nicht mal Übertreib nicht so Ja, ich steigere mich doch nicht Abonniert den Kanal, ne, tschüss Die steigere mich bloß nicht, ne? Ja bloß nicht, ja mann Ähm ja, wir machen gerade SP7 Raid, ich bin einer neuen Fan drin die heißt SchneeArmee und ja und ja und ja Du bist der Beste, man Ja Ja Was gibt's denn zu sagen? SP7 Raid ist schon ein bisschen cool aber auch ein bisschen scheiße Ah, du Mallerfache Erkläre wieso Wieso? Wieso? Man kann hier sehr, sehr viel Ruf haben und Punkte Ich hatte letztens 1,3,5 Millionen Punkte und wenn man ein Monat immer das macht, kann man bis zu 5 Ja, 3 Millionen könnte man schon schaffen Aber jetzt sind zu viel Aber ich muss noch 90 da bin Und was ist das schlechte daran? Du, 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 du verrückst du oft Ah Viel zu oft Aber ist es egal Ja, wenn du immer bist, machst du mir 40 kills und verrückst du einmal also Du musst es deinen Zuschauern sagen Weil sonst verstehen sie dich nicht Ja, sie verstehen alles Aber die übertreiben ja alle Ja, meine Zuschauer, die sind die allerbesten Und ja, es wird auch noch ein LOL-Video kommen Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon am Sonntag hochgeladen habe oder ob es heute kommt Also am Montag Ich bin da noch im Überlegen Wenn es am Sonntag rauskam, dann kam es halt am Sonntag raus Wenn nicht, dann kommt es am Montag raus heute Genau Und es ist alles auf Was machst du denn so gerade? Ja, ich denke gerade darüber nach, was du letztens gesagt hast Und zwar hast du dich gewundert Beziehungsweise hast du es so gesagt Woher kommen die ganzen Abonnenten her? Weißt du noch? So So, sorry, wieder da Ja, ja, die Abonnenten, ja Wer weiß noch, wo du gesagt hast, so Wie kommen die ganzen Abonnenten her? Wieso krieg ich so viel? Ja, das ist echt so Ich wundere Die Welt ist groß Ja, gut, die ist klein, aber Die ist klein Nämlich viele Menschen sind auf dieser Welt Und ich meine 1.3 Milliarden Wartet was 1.600 Abonnenten oder schon was 1.700 1.725 schon 1.725 schon So, aber ich habe vor drei Tagen habe ich 1.700 Abonnenten geknackt Jetzt habe ich schon 25 bekommen Ich denke mir, what the fuck Aber Ja, man muss sich doch bedenken Wie viele deutsche NOS-Zocker gibt es? Oder Zockerinnen Weil es ja Äh, NOS, Schweiz Äh, Deutschland, Schweiz und Österreich Ja, und das sind dann schon paar Millionen Leute Jawohl Paar Millionen nicht, aber so viele Ja, aber fast eine Million bestimmt Leute, die das zocken Ja, das sind immer so 100% Und hauptsächlich Weiber Habe ich so mitbekommen Ja, so viele Also ich habe es nicht so sicher Das Spiel ist schon locker NOS-Leute Klar, kenne ich auch paar von Mr. Ganschen Aber hauptsächlich hat er ja Kontakt mit weiblichem Geschlecht Und das denke ich mir, hm, ein Weiberspiel Kenn ich zwar nicht, aber das ist okay Es ist cool Es zocken schon viele, mehr als die anderen Ja, du sagst doch so 80% Weil ein weiblich das zocken Das ist dann schon echt krass Dann denke ich mir, das ist ein Weiberspiel dann Nicht schlechtes, meine ich Ich meine, das ist dann halt allgemein normal so Ja, ich weiß nicht Es sind schon sehr, sehr viele, habe ich bemerkt Als Beispiel Call of Duty oder Battlefield Das sind ja, ja, Männerspiele, Typenspiele Weil die zocken halt Krieg Und im Krieg ist keine einzige Frau jemals gewesen Die waren nur Sanitäter oder wie auch immer Nicht mal, nicht mal Ja, doch, die waren schon so Ja, gut, wenn es so mitten im Kampf ist Dann irgendwo in seinen Täter, dann ist klar männlich Aber ich meine, in diesen großen Krankenhäusern oder so Da waren Frauen meistens Ich meine, keine Weib spielt Also, keine Weib, das glaube ich da Es spielen schon viele Weiber, COD und so weiter, klar Ja, Weiber ist, ich würde nicht Weiber sagen Weil das ist ein bisschen nicht nett formuliert Ich sag Weiber Und dabei bleibt es Es ist für mich netter gemeint als irgendwie Mädchen Mädchen ist für mich so minderjährig dargestellt Ja, das ist Ich sag lieber Weiber und das ist halt ganz normal Weil es für mich ganz normal klingt Und ihr könnt sogar locker in die Comments schreiben bei Mr. Ganschen Und sagen, ob das für euch eher irgendwie komisch rüberkommt Oder ob ich lieber, also, lieber Weiber sage Weil Weiber hört sich für mich halt ganz normal an wie ein normales Vibe Weiblich Weiber, komm her Ja, nicht so Weiber, komm her Sondern Weiber als Verschlaberstuhl oder so Ach so, du sagst ja nicht Mädchen Oder so, weißt du Ich meine, Weiber ist ganz normal, du sagst ja auch Typ Hm, Männer Ja, Männer Ja, Männer sind Schweine Weiber sind Weiber Ja, aber man sagt halt Man sagt doch halt nicht immer Männer Man sagt halt Ja, du bist so ein scheiß Typ oder keine Ahnung Ja, 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 ja Deswegen Weiber denk ich mal Ist nicht so schlimm gemeint Und dann sagst du ja Weib Aber Leute, ich bin ganz ehrlich Dieses Video mach ich gerade einfach so Weil ich, ähm Gerade nix, ähm Ja, ich kann gerade keine Videos machen Außer ich hatte ja SB7-Wade Ähm Ich kann was machen, nur er ist zu faul Nein, nein, nein Das ist echt so Also Akt 4 kann ich jetzt auch nicht Weil alle sind jetzt SB7-Wade Weil ich will gerade jetzt ein Video machen und ist jetzt SB7 Und HZ kann ich auch nicht Und ADTV so und so nicht Ist schon zu spät Ich bin zu spät gekommen Ich war eine Stunde zu spät Wollte ich machen heute aber irgendwie voll verkackt Und, ja, es geht einfach nichts Jetzt würde ich euch, ähm, Akt 4, äh, Akt 4, äh, Ding zeigen oder was anderes Weil ich hab davon los Äh, was sag ich nicht Loll-Video gemacht Und, ja, also jetzt nicht wundern Also, weil manche schreiben Ja, du machst einfach Videos einfach nur so Ähm, ne Ich bin schon überlegen Aber manchmal funktioniert das einfach nicht Wisst ihr Einfach manchmal so Aber jetzt nicht so oft Gar keine Kills Bist du low geworden? Hä? Hä? Mit wem bin ich in der Gruppe? Schaut's mal Ein Fehler da steht Kurzweber und The Weight Master Hä? 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 Ja? Na, nicht du, nicht du, warte Was soll ich denken? Schloss, raus Uh, ich geh grad voll ab Aber, ja was soll ich denn das sein? Ich hab' dann das sein? Ich hab' dann das sein oder was soll ich denn das sein? Oh, ich hab' dann das sein und das sein das ist ein bisschen Ja, ich hab' dann das sein glaubt ob man scheiß Hälfte das mit Newton kann Wofür denn das müsste ich das Video Tosen mal schneiden so wie das schneiden gelten zu ja ja aber äh das stört meine Abonnenten und ich muss immer halte ich meine meine Hand da ja schon scheiß Hälfte gut ich hab nicht so viele Abonnenten wie du klar aber bei mir sollen das ja gleich sagen wenn das stört dann mach ich das so gut wie möglich zum Beispiel jetzt hab ich er ist gefixt bekommen mein Mikael endlich mein neues ich denke mal das ist jetzt alles gut ist nur die Lautstärke kann ich jetzt ändern weil vielleicht ist es zu leises wie du ich weiß nicht aber sonst passt es ah ok also so Leute ich war nur so ein kurzes Video mit Stunstuff du bist so einer möchtest du sehr Spaß ich hab's absichtlich gemacht ne ich möchte nicht so sagen ich hab alles gesagt nur schreibst in die Comments ob weib oder Mädchen sagen soll weil dann kann ich mich bei ganz schönes Videos auch ein bisschen umstecken genau und joo ähm noch was noch was also morgen also ah gestern ah egal scheiß noch es wird noch Leute Videos noch kommen habe ich euch gesagt wenn euch das LoL Video gefallen hat ähm dann werde ich mehrere machen wenn nicht dann werde ich ein bisschen weniger machen und joo ähm heute heute habe ich LoL gezeigt und es war so ein geiles Match aber leider nicht aufgenommen wir haben ähm gegen also 3 gegen 3 in der Sicht die Botschmutter gespielt die 3 hatten einfach zwei untere Charaktere und joo Leute bis zum nächsten Mal ciao ja